Eine ganz kurze Erklärung zu dem heutigen Update von Neweck. Es geht um diese Erkenntnis, du darfst oder du solltest nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Das ist eine der größten Misinterpretationen, die es überhaupt gibt. Es ist zuerst einmal die Schlange, die hier auftaucht. Dieses Nachasch heißt auch Wahrsagen, ein Wahrsager. Und ich erinnere immer an diesen schönen, berühmten Moses-Film, die zehn Gebote mit dem Schals Hessen, wo Moses dann mit seinem Bruder Aron zum Pharaon geht und er hat seinen Stecken, das ist die Transferzahle, gestreckte Anocke. Und dann wirft er diesen Stecken vor den Pharaon hin und sobald er in die Longitudinale kommt, das Stecken äßt die Ecken zu einer Schlange, zu einer schlängelnden Schlange. Und dann kommen hier Priester vom Pharaon, die sagen, Budenzauber können wir auch, lassen zwei Schlangen los und die gehen jetzt auf die eine Schlange von dem Mose los und dann frisst dem Mose seine Schlange diese zwei Schlangen auf und dann nimmt er wieder die Schlange, zack, und dann hat er wieder den Anocke gesteckt. Das ist das Drehen, dieses Prinzip von der Longitudinalen, sprich chronologisch-raumzeitlichen Sichtweise in das Ewige hier und jetzt in die Transferzahle, die wir dann natürlich auch noch in die Z-Achse drehen müssen. Und dann ist jede Richtung, wo du schaust, ist eine Z-Achse in einem Spiegeltunnel, die sich letztendlich nur in dem Mittelpunkt befindet. Ich sage jetzt wieder Insider, die sich mit Holofilling beschäftigt haben, wissen, was ich meine. Aber das Ewige, dieser Kampf um Gut und Böse, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bist, und ich sage jetzt einmal frei übersetzt, dann wird dir ein Licht aufgehen, ein Bewusstsein aufgehen und du wirst sein wie Gott. Dann wirst du dieses E-Quadrat die Energiequelle. Und eine Energiequelle braucht eben diese Polarität. Und jetzt muss man wissen, dass dieses Pol als 80, 70, 30 gestimmter Pol, die Darstellung der hebräischen Verbformen ist. Und die Verben sind VRN, die erweckten polaren Existenzen. Das sind die Zeitformen in der hebräischen Sprache, die eigentlich keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt. Jetzt haben wir schon wieder so einen Widerspruch, das alte Hebräische, ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, kennt ursprünglich grammatikalisch keine Zeitformen. Es spielt sich alles im ewigen Hier und Jetzt ab. Und was hier zur Vergangenheit und Zukunft geworden ist, ist einfach nur die Vergangenheit, ist der Perfekt. Das heißt, perfekt grammatikalisch, es ist abgeschlossen. Es ist durch in einem gewissen Maß. Es ist verstanden und im Perfekt heißt, es ist noch im Werden. Es ist noch in einem Prozess des Reifens. Ich habe so oft darauf hingewiesen, dieses Reifen. Reifen. Ganz interessant, unser Rei, als RAI geschrieben, 20110, ist ja zuerst einmal der Spiegel, unser Zentralspiegel, als Symbol für Gott, der Kopf des Schöpfergottes. Und Pen, Reifen, Pen, ist ja, hat es PSF, ist ein Aspekt. Aspekerlung heißt, ein Spiegelaspekt. Nur eine Spiegelung, eine kleine Facette aus dem Heiligen Ganzen. Und um das abzuschließen, ich würde es nur ganz kurz machen. Du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, dass dir ein Licht aufgeht. Und jetzt denkst du einfach an eine Batterie. Genau. Wenn du den Plus und den Minuspol über eine Lampe verbindest, dann geht dir ein Licht auf. Wenn du jetzt aber den Minuspol abisolierst oder bekämpfst, das ist dieses Liebe deine Feinde, dann wirst du ewig in deiner geistigen Finsternis leben. Und ich betone noch mal, Holopheling überragt alles an biologischen Auslegungen und an Physik und an Naturwissenschaft und geistliche Welt. Es ist ein vollkommen neues Weltbild. Und jetzt zum Abschluss, wenn du dir jetzt, wir denken uns jetzt irgendwelche Affen aus, die auf die Straße gehen und für Frieden demonstrieren. Eine absolute Demonstration von Geistlosigkeit und Unchristlichkeit. Eins der wesentlichsten Gebote meines Christentums ist, liebe deine Feinde, liebe all das, was dir böse, schlecht, verkehrt erscheint. Du brauchst diese andere Seite. Du hast eine einseitige Vorstellung von richtig. Das ist die Richtlinie, die du schaust. Das ist diese tausendfach die Sache mit der Tasse. Wenn du einer das Gegendal, das verkehrt, dann ist es für dich verkehrt. Und es gilt für alle Polaritäten, die es gibt, du brauchst, um in die Heiligkeit zu kommen, die zwei Seiten, Gesundheit und Krankheit in der Verschmelzung, ergeben die Heiligkeit. Hast du dich jetzt, du Geist, der du jetzt, wenn du an dich denkst, vom Computer sitzt und dir dieses Video anschaust, hast du dich die letzten zwei Minuten gesund oder krank gefühlt? Du hast dich in der Vergangenheit überhaupt nicht gefühlt, weil was du fühlst und was du erlebst, kannst du nur unmittelbar hier und jetzt als Information erleben. Du erlebst immer nur deine eigenen Informationen. Und die Frage, ob du dich gut oder schlecht gefühlt hast, zwingt dich zwangsläufig an deinen Körper zu denken. Und jetzt passiert dieses Eigenartige, dass du den Normalzustand, den du jetzt eventuell hast, gesund nennst. Und du machst jetzt diesen Normalzustand, den du gesund nennst, zu einem Mittelpunkt, wo du dir jetzt was vorstellen kannst in die Zukunft, wo es dir noch besser geht. Oder du saust in die andere Richtung und sagst, da ist mir schlecht gegangen, da war ich krank. Wenn du natürlich dich jetzt krank fühlst, während ich dich frage, wirst du feststellen, dass du dich nur dann krank fühlst, wenn ich dich jetzt unmittelbar frage und du daran denkst. Aber du musst immer an deinen Körper denken, um für dich die Erfahrung zu machen, fühle ich mich, sprich dieser Körper, gesund oder krank. Gut oder schlecht. Wenn du aber nicht an deinem Körper denkst, existiert der Körper nicht. Genau. Dann ist er heil. Die Heiligkeit ist nämlich die Verbindung dieser zwei Seiten. Ich habe das tausendfach erklärt und jetzt komme ich zum Krieg. Dieses Bärchen, Krieg und Frieden, ist wie Sonnenschein und Reh. Und ich kann immer wieder nur tausendmal sagen, solange du den Krieg bekämpfst und nicht haben willst, kriegst du auch keinen Frieden. Aber Frieden ist nur ein anderes Wort für Entstehen. Ich sage für Sonnenschein und Krieg ist ein anderes Wort für Zerstörung. Und es soll dir jetzt klar sein, ich wiederhole immer wieder dieselben Sätze in deiner Vorstellung von Trockennasenaffenleben. Es muss ein Zeugling zerstört werden, dass er ein Schulkind wird und das Schulkind muss zerstört werden, dass er ein Erwachsener wird. Und der muss zerstört werden, dass er ein Gehreihe ist, ein Kreis wird. Und der muss zerstört werden, dass du ein ewiger, bewusster Geist wirst, der du gar nicht werden kannst, sondern du fängst jetzt an, dich wieder zu erinnern, was du eigentlich bist und was deine Gedanken sind. Und jetzt das, um auf den Punkt zu bringen, dir sollte klar sein, dass egal welchen Gedanken du jetzt denkst, egal was du jetzt auf deine Veröhrbrille für ein Bild holst, eine sinnlich wahrgenommene Information, diese Information muss zerstört werden. Das ist der Krieg, dass ein neues Bild, ein neuer Gedanke in dir auftauchen kann. Und du wirst dann irgendwann einmal erkennen, dass jedes neue Bild, jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, den bestehenden Gedanken zerstört. Das ist dieses Spiel mit unserer 200 Gramm roten Liede. Und das, was ich dir jetzt sage, ist hundertprozentig sicher und du wirst es nur verstehen, wenn du jetzt Geist bist und du bist Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Und jetzt könnte ich wieder sagen, und was ist jetzt eigentlich ich? Ist es das Pixelmännchen? Ist es die Lautsprecherstimme? Ist es fast auf jeden Selbstgespräch drauf? Nein, ich bin du. Ich bin der, der sich das jetzt ausdeckt. Ich erkläre es mir selber, darum nennen wir das Selbstgespräche. Und das war es eigentlich schon als kleines Vorwort zu dem Wahnsinn, den ich dir hier demonstriere, der übrigens von dir ausgedacht hat. Deine ganz persönliche Welt, du erlebst nur deine ureigensten Informationen, die erlebt kein anderer. Du bist Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher und kann jeder 13-Jährige sofort auf der Stelle überprüfen. Bei jedem Gedanken, den du denkst, das schaffst du, kein anderer. In Maßsetzung des Intellekts, des geistlos nachgehebten Wissens aus Medien und Persien oder vom Hörensagen oder was auch immer. Das gilt für die Naturwissenschaft, für die Physik. Dieses kleine Beispiel mit den Galaxien, das ist ein Photon in Fluch. Es sind Wahnsinnige. Es sind absolut die Menschen in deinem Traum, die hochintellektuellen Menschen sind Wahnsinnige. Das ist meine Botschaft. Und dann lassen wir es gut sein. Das war es eigentlich schon. Batsch.